Wie ging das nochmal mit Ingeil Schreibe? Ich hab das schon wieder vergessen. Liebe Schniddels, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Season 8. Frühmorgens um halb 7. Halb 7? In Deutschland. Weißt du, ich will euch was schenken und er denkt direkt wieder an was Böses. Echt mal, Peter war voll nett zu uns, Hadi. Lass ihn in Ruhe. Hey, was machst du da auf meinem Baum? Ich will wissen, wo du bist. Hadi ist so mega misstrauend. Hadi, dreh dich mal um. Warum läufst du auf diesem dünnen Ast? Mehr haben wir nicht. Nicht über der Crawley schweben bleiben. Flieg doch, du Spacko! Die mal mit dem Ender-Storage-Mode eingeführt hat. Und zwar, jede Chest hat oben drauf so drei weiße Button. Das ist bei sich. Noi! Peter ist auch nicht ernst. Wo warst du, Peter? Peter? Ich war tot. Mein Inventer ist aber relativ voll. Moment. Wer hätte das gedacht? Ja, entschuldige bitte, dass ich halt unsere Nanosuits geiler weiter ausbaue. Fucking Peter Huren-Smith. Spass. Ich erlebe Peter nur noch schreiend meistens. Irgendwas nicht in Ordnung. Bei mir ist alles cool. Peter möchtest über irgendwas reden. Wir sind immer für dich da. Dann hast du halt irgendwann dein geiles Zeug. Ist schon ganz schön ein Noob-Feder, wa? Das hat man mal. Peter ist wirklich ein Noob. Boah, Lava. Das ist das erste Mal da, wa? Leck mich am Arsch. Wo steht denn der Kompressor-Boost? Ach ne, die Leggings oben. Weil es meine Aufnahme-Session mit nach Hardys kommt die, ne? Und wenn ihr eine bauen würdet, ich würde mich um die Farbe kümmern, dann äh... Hinter dir, Hardy! Jaja, hab ich schon gesehen. Wollte ich nur sagen. Kann ich immer Skelettenköpfe krieg? Wer möchtest du mal nen Kopf haben? Nein, ich möchte nicht deinen Kopf haben. Ich habe übrigens auch irgendwo nen Kopf liegen. Skelettenkopf. Iron, Lead-Oar, Ferris-Oar... Was denn, du brauchst im Moment den Ofen, oder was? Äh, ja, nicht mehr lange. Ja. Habt ihr... Ach, da unten ist eure normale Stromproduktion, oder was? Naja, das ist hier ein Mechanischer. Ey, Jay... Lol, hier ist... Hier ist ein... Ach, Jay... Ich war... Ich hab nichts gemacht! Was wollt ihr? Die spawnen einfach. Das ist ein Lohn. Ne, Lead-Oar will ich nicht. Was ist das hier? Na, dann ist gut. Fühl ich mich nicht so schlecht. Ach, komm schon. Alter, hier sind voll viele Lohn! Wo kommen die denn her? Willst du mich verarschen? Ey, ich mach gar nichts! Ich mach nichts! Ich mach nichts! Ja, wo war nochmal die Truhe? Ja, wo... Welche Truhe? Alter, Jay, das ist voll... Alter, gar nicht lustig. Warte, komm mit. Neh mich verarschen. Jay, du bist der Einzige von euch, der da ist. Wo sollen die denn sonst herkommen? Hier, hinter der Wand ist die. Voll nice, ey. Hier, da. 24 haben wir noch. Boah, nice! 24, boah, cool. Ich... Ich mach mal zwei Stück für so'n Kristall. Könnt ihr... Könnt ihr mit mir die mal eben noch bekämpfen? Das passt. Ne, ich geh jetzt vor allem. Jay, da macht ihr mir nix weg, ey. Ich war... Nichts! Die Leute, wenn man schreit ist... Ja, warum macht man das eigentlich? Schreck mich doch am Arsch, ich bin jetzt weg. Oh. Hallo, Fledermaus. Oh, ich Steine hinkriege, oder nicht? Was meinst du... Die spawnen hier durchgeh... Achso. Die spawnen hier durchgeh... Ohne Spaß. Dann hat der da irgendwo einen Spawner hingemacht. Warst du, da ist ein Spawner hingemacht, ey. Ja, wird der wohl. Alter, ich habe nichts gebaunt. Ja, die spawnen da ganz plötzlich von alleine, ey. Jetzt disconnect... Selbst dann war ja aber ihr Rage quitten, ne? Ich mich bei dir rächen, ich habe nichts gemacht. Ich habe eine weiße Weste. Alter! Könntest du mir kurz zeigen, wie das funktioniert hier mit der Kiste? Schett. Irgendwie verstehe ich das noch nicht. Ja, ich komm. Nein, 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 okay. Vergiss es. Ja, pass auf. Ich war dumm. Nein, 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 ich war dumm. Weiter runter zu kommen. Die baut halt ewig viel ab, aber... Die ist zu tief. Jetzt haben wir hier noch einen Grindr. Die ist zu tief. Aber wenn die erstmal da angekommen ist, habt ihr einen riesigen Bereich, wo Diamanten sein werden. Die ihr dann sammelt oder nicht. Ja, dann kommen wir zehn Diamanten oder was. Ja, das könnte sein. Alter! Hast du welche gefunden? Das ist ja mal richtig crazy hier. Was? Ich hab die Übershit-Höhle gefunden. Oh! Viechers! Hat einer aus dem Ofen was genommen? Wie aus dem Ofen? Mal erstmal Fackeln machen. Oh Gott! Alter! Jay, du bist so ein mieses Stück Scheiße! Was willst du von mir? Was hab ich genau gesehen? Das hab ich genau gesehen! Die haben die Eier. Der verfolgt mich beim Farmen. Der hat mich grad mit den Eiern beschmissen. Wenn ich dadurch sterbe und den Scheiß verliere, ich schwöre euch, ihr werdet so leiden. Dann würd ich auch zu dir kommen und dir diese Scheißdinger auch mit Fresse hauen. Ja, 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 ja. Oder dass einer von euch anderen miesen Bastarden, ich hab's genau gesehen. Ah, da ist er! Da hab ich ne gesehen! Ja. ALTER SPINNEN! Ich glaub nicht, dass Peter die ganze Zeit... Screeper! Was meinst? Flipper? Nicht Flipper, Creeper! Wo ist denn Flipper? Ich bin jetzt durchs Portal gekommen. Ah, Creeper! Überall Creeper! Ich will hier raus! Ich will hier nicht mehr sein! Ich weiß auch nicht, was Hadi hat. Ohne Spaß, wenn ich dadurch sterbe, dann kommt das einem Mord gleich. Das hättest du dir mal schneller! Wo bist du hin? Du musst mal eigentlich wieder bauen können. Oh, Peter hat sich dann so'n Later schwer gemacht. Ich hab das gesehen! Du standst genau vor dem... Hadi möchtest du mir dann... Du bist doch mal früh mit Sepp, du müsstest doch eigentlich... Du miese kleine Bitch, ich hab dich doch gesehen! Ich hab dich noch nicht gesehen seitdem. Du standst vor dem... Du hast aber grad noch mal Glück gehabt, du kleiner Penner! Oh, Junge, da hab ich so'n Glück gehabt! Der ist doch mal hart draufgegangen! Ram, wo sind die? Wo ist denn der Eingang von dem? Pete, hast du ne Ahnung, wo die beiden sind? Da hab ich dich gesehen, du kleiner Penner! Oh, shit! Jetzt gehst du drauf, wo die sind. Oh, shit! Wer geht jetzt? Wer geht jetzt drauf? Tyson! Oh, shit! Oh, nein! Oh! Bram, wo war der denn? Ja, Bram, ich hab dein Jetpack eingesammelt. Möchtest du noch irgendwas haben? Was ist wichtig? Die Kanone da? Ne, was ist denn das da für ein Ding? Das ist ja interessant. Was ist denn das Schönes? Safari Net Launcher? Aha, was ist denn das Schönes? Du hast'n Gas gespawnt. Du hast'n Gas gespawnt. Ne, echt jetzt? Ja, echt jetzt? Du hast'n Gas gespawnt. Vor meiner Nase. Ah, es beschießt mich! Nice, Hardy, nice! Oh, nein! Wenn er auf deinen Baum schießt, ne, Hardy, dann brennt der. Oh, oh! Du hast vollkommen recht. Du musstest'n ihm eigentlich locker hinterher fliegen können. Ja, ist tot. Ja, ist tot. Du hast'n ihn getötet. Alter! Mach Brom das so. Alter! Ne, aber Brom das so. Ja, gut, aber das halt... Ja, Brom will die Sachen von Hadeon. 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 Pied, werf'n was zu essen, eben ist so. Mein Jetpack. Ah, danke. Ja, fickt euch doch alle, dann spielen wir halt weiter. Nein! Leute, ihr kriegt heute ne lange Folge. Ja, die kriegen heute ne lange Folge. Mach, Pela, setz' dich doch einfach mal durch, ey, du Pussy. Mir ist doch scheißegal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe 450 Föller Wettgebote.